Ich schreibe das jetzt einmal. Ja, schieß mir. Wie heißt der Jonas, was? Jonas R. Polizei, ne? Pilot. Du was du nicht lassen kannst. Ja, Bulle. Sieht aus, als würde er am Berg landen. Ja, und wenn er eh landet, dann bringt er das Abdrehen und so gar nichts. Schon raus. Der Hau hat. 3-3-3-3-2-2. Bitte ab? Ich würde ihn nennen. Den nennen könnte. Waaaat? Wurde von Lars liegen getötet.